Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute mache ich mit bei der sieben Teile Upcycling-Dankeschön-Challenge von der lieben Birgit. Ich freue mich drauf, ich habe mir was zusammengesammelt, Upcycling-Teilchen, die Seite ist das Upcycling, die Upcycling-Seite. Und hier die Dinge, die ich schon länger nicht mehr benutzt habe und die habe ich mir dann rausgekramt. Und jetzt wollte ich mit euch so ein süßes Früchtchen-Pocketletter machen. Ich werde mal die sieben Teile aufzählen, damit ihr ungefähr wisst, was gemeint ist. Es soll Upcycling mit dabei sein und Sachen, die man lange nicht benutzt hat, die soll man in dieser Challenge benutzen. So, hier habe ich dann schon mal eine Tee-Verpackung. Da habe ich hier überall schon was ausgeschnitten, die Früchtchen, die da drauf waren. Ich finde das eine sehr schöne Verpackung. Und der Tee schmeckt auch noch gut. Hier mit dem Grün und mit dem Rosa, das gefällt mir. Ja, hier habe ich noch ein paar Reste, ich weiß noch nicht, ob ich es noch brauchen kann. Aber ich gucke mal, vielleicht ein bisschen von dem Grünen. Und dann habe ich hier noch was von einer Kiwi-Verpackung. Da werde ich auch ein paar Blätter ausschneiden, denke ich. Und hier habe ich noch was von einer Orange, dem Saftsack. Ein Saftsack war das. Mit natürlicher Frische. Natürlicher Frische. Vielleicht könnte man das hier noch aufschreiben. Wartet mal, wie das aussieht. Gehe ich gleich mal. Natürliche Frische. Hm, ist ja drollig. Mal sehen, was hier irgendwie mit reinpasst. Ist ja auch alles natürliche Frische, die frischen, süßen Früchtchen. Sind wir schon gleich beim Arbeiten, ich bin doch gerade beim Erklären gewesen. Ach ja, wird vielleicht reinpassen, wir gucken mal. Ja, das ist der Saftsack. Den verarbeiten wir denn noch. Mal gucken, wie es klappt. Da können wir auch noch schöne Blätter draus machen. So. Hier habe ich noch das Teilchen von dem ausgeschnitten. Da waren so zwei drauf, aber ich glaube, ich brauche bloß das eine hier. So. Dann habe ich hier Äste. Die sehen zwar ein bisschen neu aus, aber sie sind auch Upcycling, weil das war eine ausgeplottete Serie, die ich nicht benutzt habe. Also nicht benutzt zum Verkaufen, also zum Erstellen für Ephemeras. Und deswegen habe ich die hier noch übrig. Und die kann ich ja nicht wegschmeißen. Die muss ich ja auch noch verbasteln. Deswegen liegen die hier. So. Dann geht es weiter mit sehr, sehr alten Washi-Tapes. Die habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Und die sehen auch schon so vergilbt aus ein bisschen. Das sieht man so. Und deswegen, das geht hier noch, aber das habe ich auch, glaube ich, noch nie benutzt. Wartet mal. Und das habe ich jetzt auf, die Washi-Tapes habe ich auf Backpapier geklebt und dann so ein bisschen ausgeschnitten. Das vergilbte so ein bisschen abgemacht. Ja. Und hier bei dem Gras auch, da habe ich so ein bisschen ausgeschnitten. Ich glaube, es sieht ganz gut aus, wenn wir es aufkleben. Hier habe ich die Bäumchen schon mal aufgeklebt, um zu gucken, wie es aussieht. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. So. Meine Früchtchen warten schon, dass sie aufgeklebt werden. Aber es ist noch nicht so weit. Ich rede ja noch. So. Was war jetzt noch? Ach so, diese Kärtchen hier, die hier unterliegen. Das ist auch was, was ich ewig lange nicht benutzt habe. Besser gesagt, Gabrielchen hat so ein Hefter mit diesen Einlegern und überall sind ganz viele ausgeschnittene, vorbereitete Deckblätter, so kleine. Und dann hat sie gesagt, komm, jetzt kannst du die hier auswählen. Die habe ich schon vor fünf Jahren gemacht und jetzt wird Zeit, dass wir die verwenden. Und so haben wir das gemacht. Da habe ich mir die ausgewählt und es ist wirklich ein schöner Hintergrund geworden, so für die kleinen süßen Früchtchen. Und dann gucken wir mal. Also das ist das Alte, was ich benutzt habe. Dann habe ich hier noch so Goldkleckse. Die habe ich auch ewig nicht benutzt und die wollte ich hier ein bisschen mit reinbringen. Und dann habe ich noch eine Tapetenrolle gefunden. Die habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Hier ist noch ein bisschen Grün drin, vielleicht für Blätter. Mal gucken. Oder einen kleinen Streifen irgendwo noch rein. Wir werden mal sehen. Und das goldene Geschenkpapier. Vielleicht nehme ich das auch noch. Ich weiß es noch nicht. Das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Aber das finde ich trotzdem immer noch schön. So, das sind jetzt meine Sachen, die ich hier drauf verarbeiten möchte. Und dann soll nachher ein schöner Pocketletter entstehen. Und natürlich meine drolligen Pilze und meine süßen Früchtchen. Und noch eine Eule, die ich gezeichnet habe. Die sitzt noch hier unten. Und da sitzt auch noch eine und guckt so. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das alles ein bisschen verwenden. Ich lasse das erst mal so drauf liegen. Und jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Die natürliche Frische, die kommt auf alle Fälle hier mit rein. Da vielleicht nicht, aber hier. Hier werden wir sie mit einbauen. Einbauen. Ich finde es wird rollig. Aber ich glaube, es ist ziemlich... Wir müssen es wohl teilen. Na ja, ein Teilmisshalt ist ja nicht schlimm. So. Natürliche Frische. Ach ja, wie drollig. Den Saftsack finde ich ja auch schön. Aber den kann wir nicht mehr drauf nehmen. Hier ist ja kein Saftsack. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir uns ein paar Blätter ausschneiden. Und ob die von der Farbe dazu passen. Ja, sie passen schon dazu. Aber ob es mir nicht so grell ist. Wohl grell genug kann es bei mir immer sein. Aber wir schauen mal. So. Das lässt sich ja gut ausschneiden hier. Vielleicht können wir das einfach hier noch mit einbinden, wo der Text ist. Aber ich glaube, es geht. So. Dann schneiden wir uns nur noch eins. So. So. Na, wenn das kein Upcycling ist, dann weiß ich auch nicht. So. Ja, noch eins. Noch ein kleines. Und dann sind wir mit diesem... Ich muss immer sehen, ob ich jetzt hier unten noch das Bosch hier hinklebe. Der Rasen. So. Fein, fein, fein. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir das nächste. Schneiden wir uns hier auch ein paar Stücke aus. Hier nehmen wir das glattere. Hier haben wir noch ein Herz, wo man durchkochen kann. Das könnte ich auch mal ausschneiden und gucken, ob wir das hier mit einbauen können. Also das mache ich jetzt wirklich ganz spontan hier. Da habe ich mir jetzt nichts weiter vorbereitet. Nur die Sachen hingelegt. Meistens mache ich ja einen Prototyp und bastel ein bisschen vor. Aber das kann man bei so einem hier, kann man auch mal spontan loswerkeln. So. So. Aber das Herzchen. Hm. Ja, so eine kleine Karte ist nicht groß. Ha, 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 ha. Hm. Wartet mal. Hier könnte es hin passen. Dann müsste ich das hier vielleicht hier mit rein machen. Dass es im Herz drin ist, die Früchtchen. Wartet mal. Ich habe hier noch die Tasse, wo ist sie jetzt? Können wir das so machen? Das ist das hier so rein. Na, sieht nicht gut aus. So halb Tasse, halb. Hm, nee, schade. Das passt nicht richtig. Hm, das passt jedenfalls nicht. So, dann probieren wir hier noch mal. Ich mag ja nicht, wenn da irgendwo was frei ist, wenn man sich schon was ausdenkt. Oder hier so ein bisschen rein. Nur. Ja, das geht. Das lässt sich machen. Aber wir finden immer eine Lösung. So. Ja. Dann schneiden wir hier ab. Dann haben wir das Herzchen auch verwendet. Ach ja, das gefällt mir. Schön. So. Da war auch was von benutzt. Da auch. Haben wir noch ein bisschen Text. Die Waldbeere. Oder? Ja, vielleicht nehmen wir das auch noch. Das war jetzt ein bisschen wahllos mit den Texten, aber wieso nicht? Kann man ja auch mal machen. Die Waldbeere. Vielleicht hier mit drauf. Hier wird es ja passen, aber passt es nicht drauf. Und hier? Hier passt es hin. Sogar zu der schönen kleinen Himbeere. Ja, passt. Oh Gott, das ist doch mal was anderes hier. Gefällt mir, gefällt mir. Und Tee, Tee können wir auch noch nehmen. Ganz kleines Wort, Tee. Halt ich überhaupt rein hier? Sag Bescheid, wenn ihr nichts seht. So. Tee. Na, Vorsicht. Fällt der Tee noch der Eule aufs Auge. Nee. So, was? Tee, 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 Tee. Das kann jetzt hier hin. So. Fällt dir so an der Seite, wenn der Ast Platz lässt. Oder weiter rein hier, geht ja auch. Oder hier an der Seite. Tee. Ja. Ja, nee, sieht doof aus, aber ich schiebe es mir nachher noch hin. Wartet mal. Ja, gucken wir mal. Aber hier mit drauf kommt es. Oder so eine Mitte. So. Ja, Tee, Tee, Tee haben wir. Kannen, kannen nicht. Was steht denn hier noch so? Verantwortung von Beginn an. Nachhaltigkeit. Naja. Nee, das passt nicht. Haben wir hier noch was? Hier haben wir nochmal Waldbeere. Fruchtig-Aromatisch. Ach, das können wir noch nehmen. Höh. Ich finde es schön. Gott, das habe ich früher gemacht. Wirklich wahr. Habe ich mir, bin ich in den Laden gegangen und habe nach Kisten gesucht, die hübsche Farben hatten. Und die habe ich dann mitgenommen. Mehr gefragt, darf ich mir das Leergut mitnehmen. So, vor zehn Jahren bin ich angefangen. Heute oder morgen. Morgen vor zehn Jahren habe ich angefangen mit YouTube. Ja. So schnell ist die Zeit vergangen. Und es macht immer noch Spaß. So, ein bisschen schief, aber schön. Fruchtig. Hier hin. Ja, die Zwiebel. Fruchtig-Aromatisch. Genau. Das machen wir. Das gefällt mir. Ein bisschen lustig muss es ja auch sein. Ich glaube, jetzt haben wir den Text genug gesucht, oder? Haben wir noch ein fruchtiger Genuss? Ich bin verrückt. Das passt ja auch. Wir kommen hier mit dem Text wirklich gut hin, wie ich gerade sehe. Ach ja. Der fruchtige Genuss. Meine Früchtchen sind zum Genießen. So, wohin damit? Der fruchtige Genuss. Hier noch mit rein? Oder hier? Hier unten kommt noch das Gras hin. Denn hier oben. So, jetzt müssen wir eigentlich hier noch einen kleinen Text hin machen. Da finden wir jetzt auch noch was. Tee-Erfahrung. Fruchtig-süßer Genuss. Das haben wir. Ein fruchtiger Genuss. Fruchtig-süß. Fruchtig-süß schreiben wir da hin. Genau. So. Fruchtig-süß. Scharf an der Kante abschneiden, aber das geht schon. So. Passt, wackelt und hat Luft. So. Ach Gott, wie drollig. Ja, bei dem anderen passt da kein Text weiter hin. Glaube ich jedenfalls nicht. Was haben wir noch? Fruchtig-aromatisch. Steht ja hier noch. Fruchtig. Fruchtig haben wir ja. Das haben wir ja da schon. Ja, ich denke, das reicht. Was steht denn hier überhaupt noch drauf? Bei den Kiwis. Sweetness. Wollen wir auch was Englisches nehmen? Hahaha. Aha. Gelbfleischig. Ach nee, das möchte ich nicht. Hahaha. Ach ja. Gold. Aber Amazing Sweetness können wir vielleicht nehmen. Süß. Wunderschön süß. Oder wie heißt das? Ja. Amazing. Wunderschön süß. Das können wir noch nehmen. Mein Gott. Englisch. Jetzt geht's los. Hahaha. So. Amazing Sweetness. Das Äulchen ist Amazing Sweetness. Hahaha. So. Wollen wir noch keinen Text da? Da passt das gerne. Super, wenn wir das Herzchen auch genommen haben. Gucken wir mal. Schieben wir uns nachher ein bisschen hin. Können wir hier hin. So, jetzt haben wir da Text, da Text, hier Text. Die Eule hat keinen Text. Ähm. Was können wir der denn noch in den Mund legen? Hahaha. Hier könnten wir jetzt wirklich noch einen kleinen Mini-Text hin machen. Was nehmen wir denn da? Ich suche vielleicht noch was. Jetzt ist genug mit der Sucherei. Jetzt machen wir weiter. Ich werde schon ein Händeres finden, das ich da hinkleben kann. So. Und jetzt. Gucken wir mal, ob wir das Bäumchen noch lassen können. Also hier unten habe ich ja. Wollen wir hier noch. Aber es ist besser, wenn hier das Gras ist. Oder hier in der Mitte noch das Bäumchen unter. Da sieht man ja gar nicht so viel davon. Davon. Oder hier. Nee, das ist Gras besser. Ich kann ja hier einmal noch was unterkleben. Das sieht man ja sowieso nicht so. Aber Hauptsache ist es da. Jetzt zeige ich euch das mal mit dem, ähm, mit dem Washi-Tapes so abgerissen. Und dann hier schön draufgeklebt. Halten tut es noch sehr gut, obwohl es schon so vergilbt und alt ist. Ich glaube, das habe ich mal bei, ähm, Pfennigpfeife. Genau, als Pfennigpfeife aufgemacht hat, ist es auch schon ein paar Jahre her. So, und jetzt hier das Ausgeschnittene mit dem, mit dem Rasen. Also ich fand das ja damals schon schön, dieses Washi. Ich finde es jetzt immer noch sehr schön. So. Gucken wir mal. Passt ab und dann mit Luft. Wie viel brauchen wir? Nur ungefähr. So. Hier rauf. So eine kleine Basis ist es immer schön, wenn man etwas bastelt, dass das Tierchen auch irgendwo draufsteht. Aber die Figur. So, jetzt ist es ein bisschen lang. Schreibe ich ab. So. So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich den Rest noch aufkleben kann, hier mit dem Mashi. Was ich da noch, ich denke mal hier noch. Und dann gucken wir mal, ob wir das Gold noch unterbringen. Und vielleicht hier noch ein Blättchen. Aber ich, das machen wir dann anschließend, wenn ich alles aufgeklebt habe. So, ich werde jetzt mal ein bisschen aufkleben und werkeln, dass ich alles festkriege. Und dann gucken wir mal, ob wir diese beiden Sachen hier noch unterbringen. Und vielleicht gibt es auch noch. Mensch, dann sind wir ja schon fast durch. Hat Spaß gemacht. So, bis gleich. Ich werde jetzt mit Glossy Extens alles ein bisschen aufkleben. So, fast alles aufgeklebt. Hier habe ich noch die, sag mal schnell, Tapete. Wo ist sie jetzt? Ach, hier. Ich habe ein bisschen was von der Tapete genommen. Und zwar habe ich jetzt das dunklere ein bisschen heller gemacht, indem ich die Tapetenblätter draufgeklebt habe. Dann ist das nicht ganz so dunkel. Das passt mir besser. Und jetzt wollte ich noch schnell mit euch das Gold-Sprengelchen hier oben noch mit draufbringen. Und dann kann ich das kleine Schildchen da noch hinkleben. Und dann klebe ich noch die Kärtchen auf die Basis, auf die Beige. Und dann sind wir schon fertig. So. Gucken, ob es geht. Ob es überhaupt noch funktioniert hier mit den Dingen. Das ist schon so lange Haare. Ja, ist gute Qualität. Funktioniert noch. Ich glaube, die waren mal von La Blanche. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich denke, das wird ja auch nicht schlecht. Ach ja, das macht sich ja gut. So was ist ein schönes Bastelmaterial, finde ich. Obwohl hier dieses Blattgold, das gewisse Blattgold auch nicht schlecht ist. Das gefällt mir auch. Wartet mal, nehmen wir mal den Text. Auch ein bisschen das da nachrichten. Ja, hier, machen wir das denn hin. Weiter unten, weiter oben. Na, ich glaube, hier weiter oben. So. Das goldene I-Tüpfelchen noch. Ach, das gefällt mir. So ein kleiner Gold-Tüpfel-Tüpfel. Das goldene ich jetzt nicht mehr. Aber das war ja auch nur gedacht, wenn noch was fehlt. Aber es fehlt nichts. Ein fruchtiger Genuss. So. Ja, oder gerade. Na, wir gucken gleich mal. Klebe ich die anderen noch drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Alles fein sauberlich aufgeklebt. Aber ich könnte sie euch eigentlich auch nochmal so vom Nahen zeigen. Die habe ich schon reingesteckt. Und hier habe ich noch eine ganze Ladung von meinen Früchtetees. Die schmecken alle sehr, sehr gut. Ich bin immer am Neue ausprobieren. Hier habe ich auch noch Kamille. Aber den trinke ich nicht. Den mag ich überhaupt nicht. Das ist Gabrielchens Tee. Deswegen darf er auch hier nicht mit rein. Das ist eine Früchteteesammlung. Wegen der süßen Früchtchen halt. So, jetzt mal gucken, wo die hier reinpassen oder wo sie rein müssen. Hier habe ich ja gesagt, hatte ich noch die Tapete mit aufgeklebt. Und natürliche Frische aus dem Saftsack. Haha, ja. So, jetzt haben wir überall unsere wunderschönen Kärtchen drin. Oh, es hat mir richtig Spaß gemacht, zu basteln mit diesen Sachen. Und mal wieder dieses Upcycling-Thema rausgekramt. Das ist ja mit den Früchten ausgeschnitten. Und auch mit dem Herzchen hier und den Texten dazu. Also wirklich wunderbar. So, jetzt kommen noch die Tees da mit rein. Und dann können wir den Pocket Letter tauschen. Wer möchte, sagt gerne Bescheid. Ich nehme dann auch gerne einen mit Früchtetee. Oder auch nicht, muss nicht sein. Kann auch ein ganz anderes Thema sein. Wie gesagt, wer Lust hat, kann sich gerne bei mir melden. Und dann tausche ich gerne das Pocket Letterchen mit euch. Oh, jetzt wird es ein bisschen pummelig, das Ganze hier. Aber es macht nichts. Sieht trotzdem originell aus, wenn es ein bisschen gewellt ist. Ist ein bisschen plastisch. Ja, da kommt die schwedische Blaubeere. Die ist auch wirklich sehr, sehr lecker. Na, rein damit. Und der türkische Apfel schmeckt auch sehr gut. Also alle, die ich hier habe, schmecken sehr gut. Kann ich nur empfehlen. So, da sind sie alle. Ach, er ist richtig kuffig, der Pocket Letter. Hier könnte man auch noch was drüber kleben. Muss ich mal überlegen. Vielleicht mache ich das noch. Aber im Moment habe ich jetzt noch nichts Passendes gefunden. Vielleicht ein Stück Stoff, also das Schleifenband oder sowas. Und vielleicht noch ein kleines Gebamsel dran. So, jetzt habe ich doch noch rasch den Pocket Letter fertig gemacht. So einen halben Pocket Letter kann man ja auch nicht vorführen hier. Ach, wenn da noch die Hälfte fehlt. Hier habe ich schön am Rand Boschitee draufgeklebt. Also vorher habe ich es auf grünlichem Fotokarton geklebt. Und dann habe ich es hier drum geklebt. Da habe ich nochmal die Löcher durchgestanzt, wenn sich das einer abhebten möchte. Man kann das natürlich auch, wenn man will, ihn auseinandernehmen und ihn verbasteln. Das ist ja jedem selbst überlassen. Finde ich auch nicht schlecht, wenn man sich das nicht weghäffen will. Kann man sich die einzelnen Teile ja in sein Journal kleben oder wie auch immer man das machen möchte. Hier habe ich jetzt noch so ein kleines Gebamsel. Hier habe ich mal so eine Stoffperle gemacht mit ein bisschen Wolle dran. Dann habe ich hier drei Eulchen drauf, passend zu der Eule da unten, damit die nicht ganz so alleine ist mit den Früchtchen. Aber ein kleines Hirschlein ist ja auch dabei. Und dann hier noch ein paar Pärlchen. Hier auch noch so ein kleines Gebamsel. Und das hängt dann hier an der Herzbüroklammer. Finde ich sehr schön. Hier habe ich noch drei Blätter aufgeklebt, damit das ein bisschen zusammenpasst hier und zusammenwirkt. Und jetzt ist der Pocket Letter vollständig zum Tausch bereit. So, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen bei der lieben Birgit für die tolle Challenge. Ich habe sehr gern mitgemacht. Es hat viel Spaß gemacht. Und nun wünsche ich euch eine wunderschöne, kreative Bastelzeit. Und bis bald, meine lieben Kreativen. Tschau mit Kakao. Tschau mit Kakao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.